Hey Leute! Irgendwie ist es gerade wieder wie ein Dichavu oder so, da ich schon wieder über eine Abonnenten-Special rede und eine Einzelhand habe und mein Bruder auch wieder dabei ist. Von euch wurden hier viele Vorschläge gemacht und die besten habe ich mir einfach mal rausgesucht. Was ich machen könnte, wäre ein weiteres 50 Fakten-Video einfach. Was viele vorgeschlagen haben, war auch ein Draw My Life, aber ich finde, das ist irgendwie immer noch zu früh, weil dazu braucht man einfach eine Menge Abonnenten, würde ich mal sagen. Was auch vorgeschlagen worden ist, ist ein Best-of aus vielen Szenen von meinen ganzen bisherigen Clips. Allerdings finde ich das auch nicht so gut, weil ich habe nur 25 Videos und ich denke nicht, dass so was Tolles zusammengehen würde. Was ich auch noch vorschlagen könnte, wäre ein Video, wo ich einfach mal erkläre, wie es mich nach YouTube verschlagen hat und generell, was für Gedanken ich mir über YouTube gemacht habe. Ich denke, es könnte auch sehr interessant sein. Warum denn? Ich weiß nicht. Entscheidet euch einfach, was am besten euch gefällt und schreibt es einfach unten in die Kommentare dann rein und dann suche ich mir das einfach raus, wo am meisten gevotet wurde, sage ich jetzt mal. Und ja, bin schon gespannt, was eure Meinung da ist.